Ich muss früh raus und wollte dich nicht aufwecken. Wir telefonieren einfach, okay? Ich will nichts Festes. Ich bin gerne allein. Ich will keine Verantwortung, braucht niemand, der nett zu mir ist, wenn ich nach Hause komme. Klar? Das geht sicher schief. Wie bitte? 300 Euro! Ich... soll mich hier melden. Würden Sie mit mir essen gehen? Ich bin so gut wie verheiratet. Aber trotzdem, danke fürs Angebot. Kann ich eine Weile bei dir wohnen? Was passiert? Meine Frau glaub ich, ich hatte ein Verhältnis mit Görges Sekretärin. Du hast ein Verhältnis mit Görges Sekretärin? Das fangen du dich auch noch an. Hast du gar nicht dazu Klavier spielt? Ich will dich nicht. Sie kann alles haben, aber nicht den Porsche und nicht das Klavier. Fred, das ist Bravo. Ich kann ganz gut mit dir. Bravo! Ich hol den Verbandsgast. Das mache ich nur falsch. Ich kann nicht reden, wenn sie da ist. Tu einfach so, als wäre sich einer von deinen Computer-Kollegen. So. Vielen Dank, altes Haus. Wollen Sie eigentlich immer noch mit mir essen gehen? Sehr gerne. Ich finde, ich seh albern aus. Falls es nicht im Kleid liegt, sondern in etwas ganz anderem, ich finde es heraus, bevor es zu spät ist. Ich bin wieder typisch, du hast zwei und ich hab überhaupt keinen. Guten Abend, Frau Riebinger. Ihr habt doch schon bekannt gemacht, oder? Wie hängen Liebe und Sex eigentlich zusammen? Hast du zum Beispiel schon mal gefrummelt? Nächste Frage. Du musst dich jetzt sofort entscheiden, ob du dieses eine Mal mit mir schlafen willst. Schönen Abend noch. Ich werde morgen heiraten, Paul. Wenn es in deinem Leben eine große Liebe gibt, kämpf dafür. Einpusten ist der Tonheilig. Hast du gepustet? 0-2. Sie müssen mit auf die Wache. Das hast du nicht wirklich geglaubt.